Diese Woche sind wir in Essen! Die Ruhrpottwirte werfen ihre besten Stücke auf den Rost. Entweder die Hütte brennt heute oder die Teller mit den Herzen der Mitstreiter. Aber der Funke springt nicht immer über. Das war mir einfach zu salzig. Es zerbricht mir das Herz. Ich finde es an den Stellen etwas trocken. Das ist einfach nicht meins. Es geht gar nicht. Mit Flammlachs und gut bürgerlichem will Stefan heute die Konkurrenz grillen. Und gleich heizen wir den richtig schön ein. Doch die heimliche Liebe entfacht nicht bei allen das Feuer der Leidenschaft. Wenn ich mir die Kritik oder die Punkte anschaue, gibt es natürlich da eine ganz klare Person, auf die man ein bisschen mehr drauf achtet. Das war jetzt nicht mein Lieblingsteller heute Abend. Ein kleiner Dämpfer, würde ich sagen. Das haut mich nicht so ganz vom Hock an. Also der Höhenflug ist auf jeden Fall mal vorbei.